Für Millionen von Menschen weltweit ist Bambus die Lebensgrundlage schlechthin. Überwiegend in Asien hat das Riesengras eine große kulturelle und auch ökonomische Bedeutung. Bambus ist seit Jahrhunderten Nahrungsmittel und Baustoff zugleich. Erntearbeiten in der chinesischen Provinz Fujian. Diese Pflanzen haben eine weite Reise vor sich. In einer chinesischen Fabrik werden sie sich verwandeln. Sie ändern zunächst ihre Farbe und dann auch ihre Form. Der Klassiker für Terrassendieren ist heute Bankirei, ein Holz aus dem tropischen Regenwald. Bis zu 50 Meter hoch können die Laubbäume in den Wäldern Südostasiens werden. 50 bis 100 Jahre wird es dauern, bis diese Urwaldriesen wieder nachgewachsen sind. Wir sind in die chinesische Provinz Fujian gereist, um uns anzusehen, wie die Bambus-Terrassendielen gemacht werden. Bambus ist botanisch gesehen ein Gras. Allerdings ein riesengroßes. Diese Bambushalme können über 20 Meter hoch werden und bis zu 30 Zentimeter dick. Sechs Millionen Hektar Bambuswald gibt es allein in China. Und im Reich der Mitte ist Bambus ein Gras mit langer Tradition und großer Zukunft. Der größte Pluspunkt, das Riesengras vermehrt sich wie Unkraut. Es wächst extrem schnell nach. Auch wenn man den Bambus abschneidet, er stirbt nicht. Unter der Erde wächst er immer weiter. Fällt man einen Bambushalm, ist es, als hätte man nur einen Ast abgeschlagen. Unterirdisch breitet sich die Pflanze weiter aus. Auch wenn sie abgeschnitten wurde, entwickelt die Mutterpflanze immer neue Sprossen. Manchmal über ein bis zwei Kilometer. Im Frühling schießen die Sprossen in die Höhe. Bambus ist die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. Bis zu einem Meter kann er in 36 Stunden wachsen. Und nach nur 45 Tagen hat der Bambus seine volle Höhe erreicht. Danach verholzt der Halm. Die Sprossen des Riesengrases schmecken hervorragend. Deswegen landet diese hier nicht auf einer Terrasse, sondern auf dem Teller. Bambuspflanzen produzieren so viel Nachwuchs, dass die Chinesen die Hälfte der Schösslinge verspeisen können. Rund 60 Prozent der Sprossen graben wir jedes Jahr aus. 40 Prozent lassen wir stehen, damit sich neue Bambushalme daraus entwickeln können. Bambushalme, die später auf der Terrasse entliegen werden. Aber kann das wirklich funktionieren? Strapazierfähige, dauerhafte Terrassendielen, die viele Jahre Wind und Wetter trotzen? Und wie werden aus solchen hohlen, runden Halmen überhaupt Bretter? Zunächst splittet eine Maschine die Bambushalme der Länge nach auf. Prinzip Apfelspalter. Von dem so entstandenen Bambusstreifen werden die inneren Pflanzenknoten entfernt und die dünne grüne Außenhaut. Die hellen Streifen sind das Ausgangsmaterial, für Möbel zum Beispiel. Oder für Parkettbögen. Aber wie kann man aus den weichen Bambusstreifen solche massiven Balken machen oder wetterbeständige Terrassendielen? Forstwirt Yang Min-Jae und seine Kollegen arbeiten seit Jahren an der Entwicklung des perfekten Terrassenholzes. Am Anfang verhielt sich der Bambus nicht wie gewünscht. Er dehnte und verformte sich. So sah das bei der ersten Generation aus. Diese Probe war fabrikneu, nur so breit. Nach der Bewitterung war sie fast doppelt so dick. Wir haben sehr viele Tests durchgeführt. Und jetzt, meine ich, haben wir die Probleme endlich gelöst. Die Firma im Südosten Chinas hat es womöglich geschafft, das Holz der Zukunft zu erfinden. Hergestellt aus einem extrem schnell nachwachsenden Rohstoff, der nicht nur Tropenholz ersetzen könnte. Der erste Schritt zu einem harten und wetterfesten Bambusbrett ist, die aus dem Halm geschnittenen Streifen zu zerstören. Das ist ein noch unbearbeiteter Bambusstreifen. Er ist sehr elastisch. Unser Produkt aber ist für die Verwendung im Freien gedacht. Dafür müssen wir die Dichte des Materials erhöhen. Um den Bambus zu verdichten, schlitzen wir die Streifen auf. Wir zerlegen sie quasi in ihre Bestandteile. Eigenartig, je fasriger und zerschlissener, desto dichter? Wie kann sich dieses helle Material in einen rehbraunen Terrassenboden verwandeln? Noch sieht es eher aus wie Stroh. Wie in allen Bambusfabriken werden auch hier die Abfälle verbrannt. Das gibt Energie für die nächsten Produktionsschritte. In diesem Großkochtopf wird Schimmel, Pilzen und Bakterien der Garaus gemacht. Vier Stunden dauert das ungefähr. In Terrassenholz aus Bambus steckt immer noch viel Handarbeit. Weltweit beziehen 1,5 Milliarden Menschen ihr Einkommen direkt oder indirekt von dieser Pflanze. Nach sechs Stunden im Trockenofen die nächste Hitzebehandlung in einer stählernen Röhre. Bambus enthält viel Stärke, beziehungsweise Zucker. Und der reagiert in diesem Spezialkessel. Das Ziel ist, den Zucker im Bambus zu verbrennen. In diesem Kessel werden die Bambusstreifen durch Temperatur und Druck braun wie Milchkaffee. Hier ist keinerlei Chemie im Spiel. Der Dampfdruckkessel karamellisiert die Bambusfasern regelrecht. Wie beim Pfannkuchenbacken oder bei Karamellbonbons. Und zwar nicht nur an der Oberfläche, sondern durch und durch. So entsteht der dunkle Holzton, der zurzeit modern ist. Auch bei Terrassenböden. Die Farbe stimmt. Jetzt muss das Ganze nur noch härter werden. An dieser Station werden die karbonisierten Fasern für ein Tauchbad vorbereitet. Die Bambusstreifen baden in einer dünnflüssigen Phenolharzmischung. Das Kunstharz steckt auch in Billard- oder Bowlingkugeln und in den Griffen von Elektrogeräten. Für Parkettböden nehmen wir nicht so viel Harz. Terrassenholz braucht mehr Harz, weil das Material dadurch um einiges fester und widerstandsfähiger wird. Der Harzanteil im Bambus beträgt aber höchstens 20 Prozent. Nach der Fahrt durch den 50 Meter langen Trockenofen haben die Streifen das Harz vollständig aufgesogen. Das Prinzip erinnert an Spanplatten, aber die würde sich wohl niemand auf die Terrasse legen. Die zweieinhalb Meter langen harzgetränkten Bambusstreifen werden jetzt etwa einen Meter hoch in der Kaltpresse gestapelt. Mit 1800 Tonnen Druck verdichtet die Presse den Stapel Bambusstreifen auf 14 Zentimeter. Die Balken sind 2,40 Meter lang. Seit neuestem kann die chinesische Firma auch Balken von 6 Meter Länge herstellen. Durch den enormen Druck entwickelt sich so viel Hitze, dass die Balken außen regelrecht verkohlt sind. Die schwarze Schicht wird später abgeschlecken. Entstanden ist ein Universalbaustoff, aus dem man Balken machen kann für Häuser, Bootsstege oder eben Bretter für Terrassen und Balkone. Diese Maschine fräst schmale Rillen in die Bambusbretter, damit man später bei Regen nicht so leicht darauf ausrutscht. Das Finale. Einölen der Terrassendielen. Wieder in Handarbeit. Von allen Seiten. Das Naturöl, das von einem deutschen Hersteller stammt, zieht tief in den Bambus ein und soll vor allem aggressive UV-Strahlen abwehren. Das biegsame grüne Riesengras hat sich in dichte, schwere Hartfaserbretter verwandelt, die jetzt die chinesische Provinz Fujian verlassen. Per Containerschiff geht es in alle Welt, auch nach Deutschland.